moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 2 ich will jetzt einmal zu lord hagen lord hagen sei schon zu lord andre gehen und mal nachfragen wie sehr habe ich jetzt verschissen weil ich valentino verprügelt habe so war nicht und hier wenn du dich mit dem gesindel im hafen herumprügelt ist das eine sache aber wenn du bürger oder soldaten des königs angreifst muss ich dich zur rechenschaft ziehen ja was durchgehen lasse macht ihr bald jeder was er will also wirst du eine angemessene strafe zahlen und die sache ist vergessen okay 50 goldstücke die tun weh gut ich will die strafe zahlen ich will die strafe zahlen gut ich werde dafür sorgen dass es jeder in der stadt erfährt damit wäre dein ruf einigermaßen wieder hergestellt wie ist die lage in der stadt und wegen der diebesgilde wegen der diebesgilde ich bin an der sache dran gut halte mich auf dem laufenden ja das mit der diebesgilde das das ist auch etwas was passt bogen was war wurde ein bogen gespann der dieb ist zum hafen gerannt dort ist er entwischt die miliz hat das hafen wird durchsucht aber nichts und obwohl der bogen auch irgendwo in der stadt ist so dort das kriege ich ja irgendwie nicht hin die schnaubende kreatur die sonne aloe will gotts flucht teleport steine der taverne zur toten hap hier soll ein soll sich ein weiterer teleport stein befinden da soll sie sollten okay das ist auch eine quest wie viel braucht man noch für die nächste stufe noch 3000 punkte ich bin nur gehilfe ich bin schon froh wenn ich mal einen deutsch schmieden darf da musst du schon den meister fragen okay wo ist wo ist denn der meister immer noch am schmieden ist jetzt schon eine weile her dass du das letzte mal da warst du hast du dich schon wieder umgetrieben eine frage so kannst du schmuckstück reparieren kannst du schmuckstück reparieren ich bin waffen schmied kein gold schmied hier in der stadt wirst du wahrscheinlich niemanden finden der dir helfen kann die leute haben kein geld mehr in den taschen und reich wirst du hier schon lange nicht mehr die meisten sind doch froh wenn sie genug zum beißen haben das da stimmt wo finde ich einen gold schmied wo finde ich einen gold schmied bei den söldnern auf onas hof soll es einen guten schmied geben vielleicht versuchst du es da mal ah ok bennett so wir gehen dann aber noch mal pennen wir wollen ja dass es wieder hell ist ich sehe auch zu dass ich jetzt mal die ganzen kleinen quests hier mal erledigt bekomme warte zu xadas wollten wir ja auch noch mal der hat doch bestimmt noch was oh es fängt an zu regnen auch wenn xadas mir immer unsympathischer wird muss ich ihm ja bestreit sagen wie das wie das der momentane stand der dinge ist was das auge in uns angeht das ist doch nicht deren ernst ist doch nicht deren ernst die haben mich zum glück nicht getroffen ok gut und den teleport schon bei der toten api die müssen wir auch noch finden auf jeden fall ach nein da schon der nächste ich freue mich wenn ich die schon alle ausschalten kann ja wir werden dann eine ganze folge egal wie lange die folge sein wird ich gebe mein wort drauf ich lege dafür meine beiden beine ins feuer legt dafür dass ich eine ganze folge auch wenn das zwei stunden sein wird dass ich jeden einzelnen dieser verdammten suchenden hier ausschalten werde meinetwegen kann das auch zehn von elf kunden dauern die folge aber jeden einzelnen wir fertig machen das sind diese war schon wieder nein ein bisschen abstand ich speicher einmal bevor ich komm, speichern wir mal hier dann gucke ich mal, ob ich den ausschalten kann nein, komm es könnte es könnte vielleicht knappen, wenn ich da eine bessere Strategie für habe oder ich renne mal einfach an denen vorbei in der Hoffnung, dass ich es überlebe nein lasst mich am leben ich bin Freund, kein Futter die die hören aber auch echt nicht auf zu jagen jetzt hören die auf zu jagen dann muss ich einmal bei Xadas auch kurz pennen dann muss ich über Xadas auch einmal pennen gehen genau, hier hat er ein Bett das Auge Enos ist zerstört was redest du da? ja, zerstört ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und das leider nur noch in Einzelteilen bergen können damit ist die einzige Möglichkeit den Drachen die Stirn zu bieten dahin wir haben versagt was nun? was nun? das ist ein harter Schlag wir müssen uns neu orientieren ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist und wegen des unbekannten Teils der Insel wegen des unbekannten Teils der Insel belästige mich nicht mit Details komm wieder, wenn du wirklich etwas brauchbares gefunden hast okay, da gibt es nichts Neues es lässt eigentlich noch irgendwo hier? ich lege mich mal pennen ich gucke mal oben vielleicht ist das da oben müsste doch hier irgendwo sein kann ich das hier irgendwie nutzen? wenn ich hier bete? ich will bete und spende einen Mana wow okay, so komme ich an Geld aber jetzt habe ich Mana verloren, ne? ein Mana finde ich jetzt gerade nicht so toll dass ich jetzt einen Mana deswegen verloren habe Leben will ich jetzt nicht ausgeben wollen war nicht Läster hier irgendwo? ist er nicht hierher gekommen? da ist er da unten? ich glaube ich nutze lieber mal einen Teleportstein so, nach kommt zum Großbauern äh, so jetzt schreibt er auch noch 11 so bei mir in den Chat obwohl ich nicht einmal live bin so, wann kommt der Stream? ich streame ja montags nicht finde ich aber lustig, dass er das fragt ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt ich finde es lustig aber nochmal schöne Grüße an dich ich will es mal nochmal versuchen, ob ich stark genug gegen die Suchenden bin ne ich raff das nicht warum sind die so stark mit den Dings wir müssen auch Äpfel essen auf jeden Fall die ganzen Dinger so na, das finde ich auch schon wieder an zu jucken vielleicht muss ich auch einfach mal in den Wald gehen und hoffen, dass ich da irgendwie leichte Gegner finde dass ich die alle erstmal ausschalte aber jetzt will ich erstmal bei der Toten Harp hier hier oben gucken dass da da soll ja ein Teleportstein sein, den ich noch haben will ich brauche oder warte mal hab ich Feuerpfeil, schwere Wunden heilen leichte Wunden heilen, mittlere Wunden heilen Blitz, Skelett große Feuerspuren warte mal ich speicher jetzt mal auf die drei und hier den mal okay, hat nichts gebracht war wohl, glaube ich, keine gute Idee so, aber hier soll jetzt irgendwo eine Rune sein eine Teleportruhne Teleportstein das ist ja die tote Harpier, oder? irgendwo hier? da lässt sich nichts machen da komme ich hier nicht rein drinnen vielleicht dann bekomme ich endlich meine Miete hier 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 sind deine 50 Goldmünzen es wurde aber auch Zeit äh bilde ich mir das nur ein oder starst du meinen Ring an? ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll ich gehöre zum Ring des Wassers so, so da haben sie sich aber einen ganz schönen Idioten ausgesucht was willst du? du weißt gar nicht mehr, wem man noch glauben kann äh kennst du den Typ mit der Augenklappe? kennst du den Typ mit der Augenklappe? ich hab ihn hier schon mal gesehen ein übler Bursche er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen dann war er eines Tages einfach verschwunden seine Kiste auch ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben aber warte mal, warum? gehört er auch der gehört auch zum Ring des Wassers oder nicht? wenn er weiß, was das ist wo finde ich hier jetzt den Teleportstein der ich hier sein soll nochmal gucken die Teleportsteine wer darin gab mir den Schlüssel zur verschlossenen Tür in den Gewerben des Portals dahinter befindet sich ein Teleportstein der mich zur Hafen stattbringen soll der nährte Taverne zur Toten Harp soll sich ein weiterer Teleportstein ah, ok hier soll sich einer befinden der so aussieht wie das bei dem vielleicht da oben wenn ich was sehen könnte alter kurz erschrocken vielleicht auf der anderen Seite da vorne vielleicht da wo auch der Friedhof ist hier haben wir ja den Friedhof Feiernessel, nice oh, Bullerfleisch ok geht's dahinter noch irgendwie weiter da ist eine Höhle mit untoten Goblins ah, der steckt fest nice so, da liegt bei dem nichts doch hier liegt noch was ok haben die immer 2 ist er? Freiherr Symbos von K 120 bis 212 was? Graf Anhieb zu Waldfried 117 bis 212 Graf Lazav von Siegburg 156 bis 212 und Schwerträger Asuk Ukara 145 bis 212 alle 212 gestorbene Ehrengardist Uta Seranis 178 bis 212 und Schwerträger Dietmar Ukara 112 bis 212 Was wird das hier hin? Ähm Ok, erstmal gegen Zombies kämpfen mach ich lieber hier draußen Oder die stecken erstmal fest Nein? Gefällt mir irgendwie gar nicht Ah, ok Kann man doch schaffen Die, die Schreie sind schon heftig So, kommt er da Jo Der ist ein bisschen schneller unterwegs gerade, oder? Ne, doch nicht Ok, der ist nur ein bisschen härter Oder doch nicht Komm Aber auch nochmal 200 Sind das diese Träger und so weiter? Also ich denke schon dass das die sind dessen Gräber das hier auch sind Anders kann ich es mir nicht erklären Komm Scheint doch nicht so stark zu sein Komm Kann man die auch looten? Da ist nichts zu holen Ne, da ist nichts zu holen Ok Das muss ich speichern Also nochmal hier auf die 5 Da gehen wir mal weiter runter Äh, äh beziehungsweise weiter rein Paladin-Zweihänder Juwelenschatulle Paladinschwert Schwarzes Erz Warte mal Ist das Der ist besser als das hier Wieso bin ich nicht früher hier hingegangen? Warum habt ihr mir nicht gesagt dass ich da hingegangen kann? Nein, also alles gut Also Das finde ich jetzt krass Und Paladinschwert Kann ich wahrscheinlich auch ordentlich Geld für jetzt bekommen, oder? Und schwarzes Erz Wirkung unbekannt Was hat es mit dem Sparzen Erz auf sich? Wir haben so neun Tagebohint Ablösung für Watras Eintopf Äh, wenn ich Theka Die Kräuter Von der Heilerin Sagitta bringe Kocht sie mir noch einen Eintopf Sagitta lebt Hinter Sekopshof Jetzt habe ich die Quest vergessen Und da waren wir Erst kürzlich bei Sagitta Aber wir müssen Für Sagitta Auch noch den Einen Roller bekämpfen Oh, warte Felknüstrich Wo war es? Da Bevor wir da Aus Versehen In den Tod gehen Ich will noch mal Vergleichen Die Waffen So Äh Hier Das war ja der Leiter 200 Der macht sogar 5 Schaden mehr Ich will es mal riskieren Mit dem jetzt Gegen den Gegen den Dude Nein Nein Hör auf So kann ich Das nicht Überspringen Ach komm Wo hat sie gespeichert? Wo hat sie gespeichert? Hat sie hier gespeichert? Ich glaube hier hat sie gespeichert Hatte ich hier gespeichert? Ja hier hat sie gespeichert Ich kämpfe mal nicht gegen den Ich finde es schön Ich finde es schön, dass ich so viel hier eigentlich übersehen habe Aber jetzt wirklich die Frage Wie mache ich das? Also wie Ich brauche hier noch Noch ein bisschen für die nächste Stufe Vielleicht muss ich auch wirklich in den Wald gehen Und dann gezielt bei Chor 2 Üben Weil Die paar Lernpunkte Die ich jetzt Also Verdiene Sumpfkraut Hier gibt es Sumpfkraut Nice Ja Ich weiß nicht, was ich machen soll Also Beste Möglichkeit wäre wirklich Wenn ich jetzt in den Wald gehe Da Nach leichten Gegnern suche Und die dann kaputt mache Dass ich dann zumindest ein paar XP kriege Da schon wieder ein Scheiß suchender Und dass ich hier dann Den Zweihänder nochmal ordentlich in die Höhe treibe Ich frage mich auch Wofür habe ich jetzt das Tiere ausweiden gelernt? Wofür habe ich jetzt Schmieden gelernt? Das hatte Das war absolute Verschwendung von mir Irgendwie Irgendwie muss ich jetzt zurechtkommen Und ich muss hier nur so viele Quests hier erledigen Keine Ahnung wie Ähm Was Wir sind da Wir sind die Mala Bauer 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 Was machen die denn jetzt hier Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin vom Bengarshof hierher geflüchtet Ich hatte keine Lust Nicht von dem ganzen Viehzeugs Das aus dem Pass kam Niedermachen zu lassen Du kannst dir gar nicht vorstellen Was da für Kreaturen In den letzten Tagen Aus dem Pass herausgekommen sind Ich kann Äh Wie ist das hier? Wie ist das hier? Ich muss mich hier nur mit Banditen herumärgern Das ist das kleinere Übel Da Warte Das will ich mir jetzt ansehen Was da jetzt auf uns Äh Was jetzt neu hinzu kam Von Bengarshof sind die geflüchtet Das hier ist aber nicht Bengarshof Dann müssen wir das mal eigentlich in der nächsten Folge machen Und dann sehen Drachensnapper da hinten wieder Und was war mit ihm? Mit Grom? Äh Bring mir das Jagenbein Bring mir das Jagenbein Was willst du lernen? Herzen nehmen Das ist das einzige Interessante hier Finde ich Aber nur aus äh Privaten Zwecken Ja aber egal Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter Und vielen Dank Dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's Euer Max Dios Und Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020